Schönen guten Morgen an diesem Mittwoch. Sie sehen es schon gestern der Handel an der Wall Street. Es waren wieder grüne Vorzeichen. Das heißt, der Dow hat sich letztendlich weiter nach oben geschraubt und er hat natürlich auf diesem Niveau auf einem weiteren Rekordhoch geschlossen. Das Ganze vor dem Hintergrund doch sehr ordentlicher Zahlen von Alcoa, die ja gestern zunächst einmal die Ergebnissaison eröffnet hatten und mit guten Zahlen aufwarten konnten, beziehungsweise nicht so schlimmen, wie man befürchtet hatte. Das reicht momentan in diesem Marktumfeld, um die Märkte anzutreiben. Und natürlich die Hoffnung darauf, dass wenn jetzt die großen Tech-Unternehmen vor allen Dingen ihre Quartalszahlen vermelden, dass dann letztendlich die eine oder andere positive Überraschung hier noch zu erwarten ist. Also wie gesagt, das Ganze jetzt von der Stimmung her doch deutlich besser, als es noch vor etwa anderthalb, zwei Wochen gewesen ist und das zeigt sich jetzt in den Kursen. Wir sehen, Öl hat in den vergangenen Tagen jetzt doch deutlicher abgegeben und da verwundert es natürlich schon, dass wir auf der einen Seite den rückläufigen Ölpreis haben, der ja immer so ein bisschen auch als Indikator für die Wirtschaftstätigkeit gesehen wird und für die Entwicklung in der amerikanischen Wirtschaft. Also von daher haben wir jetzt hier wieder so eine gegenläufige Kommentare, die auf der einen Seite sagen, naja, wenn Öl fällt, müsste normalerweise der Markt auffallen, aber der Markt hat sich jetzt vom Ölpreis entkoppelt. Noch ist hier ohnehin noch nicht alles verloren. Ich hatte es schon mal angesprochen, solange der Ölpreis nicht unter den langfristigen Trend fällt, kann man das als ganz normale Korrektur abtun. Uns als Autofahrer freut das ohnehin, denn die Spritpreise, die ja zuletzt wieder doch deutlich am Klettern waren, die sind jetzt wieder mal zurückgekommen. Der nächste Kaufimpuls, der würde hier oberhalb dieses Verlaufshoch, das wir Anfang Juni erreicht hatten, erst letztendlich generiert werden. Also da haben wir noch etwas Zeit. Momentan ein bisschen im Niemandsland das Öl, müssen wir weiter beobachten, aber an der Börse spielt es, zumindest was die Argumentation betrifft, erstmal keine Rolle mehr. Dann haben wir Amazon. Ja, Amazon hat gestern im Prime Day durchgeführt und jetzt gibt es verschiedene Lager. Auf der einen Seite natürlich die Bären, die ohnehin die Aktie gerne deutlich niedriger sehen würden und vielleicht auch auf fallende Kurse spekuliert haben. Die sind rausgekommen und haben natürlich gesagt, es gab zu wenig Angebote. Die Angebote, die es gab, die waren noch nicht einmal besonders billig. Im Vergleich jetzt beispielsweise mit den Online-Plattformen von Walmart und all den anderen. Aber es gibt Schätzungen, dass Amazon gestern in etwa um die 530 Millionen Dollar Umsatz gemacht haben könnte von Marktforschern. Jetzt fragen Sie sich natürlich völlig zu Recht, wie kommt man auf diese Schätzungen? Also Sie nehmen ein Unternehmen, das Software bereitstellt, damit auf Amazon die Händler letztendlich ihre Geschäfte machen können. Daraus wird dann errechnet, wie das Konsumverhalten gewesen sein könnte. So muss man das auch tatsächlich ausdrücken und dann kommen diese Zahlen zustande. Sollte es tatsächlich bei 530 Millionen Dollar oder irgendwo in der Nachbarschaft rausgekommen sein, dann wäre das ein enormer Anstieg, nämlich etwa von 20 Prozent gegenüber den Schätzungen, die es für letztes Jahr gegeben hat. Der ganzen Kritik, die wir jetzt gesehen haben, auch zum Trotz. Aber natürlich hatte ich mich gestern auch teilweise gefragt, wo denn jetzt der Reiz liegen soll bei Amazon Prime. Es gab sehr viele Angebote, aber eben nicht so sehr viel, was mich jetzt persönlich interessiert hat. Auf der anderen Seite gab es Kommentare auf ganz viele auf Twitter, die gesagt haben, ja, ich habe es überhaupt nicht gebraucht, aber ich habe 200 Dollar ausgegeben, 300 Dollar ausgegeben. Also das ist einfach Mitnahmementalität. Und hier kommt natürlich noch zum Tragen, es geht ja Amazon nicht allein um die Umsätze. Es geht ja Amazon vor allen Dingen darum, neue Mitglieder, neue Mitglieder für den Prime-Dienst zu generieren und zu gewinnen. Denn mit denen wird tatsächlich Geld verdient. Sie kosten zunächst einmal, zunächst kostet die Prime-Mitgliedschaft 100 Dollar in den USA. Aber Marktforscher haben herausgefunden, mit Prime macht Amazon mehr als doppelt so viel Umsatz wie mit der normalen Laufkundschaft. Also das zeigt jetzt vielleicht eher, in welche Richtung diese Prime-Days gehen. Das ist letztendlich ein großer Werbeevent für den Dienst. Der Aktie hat es gestern nicht geschadet, auch wenn es aussieht, als wenn ihr so langsam der Atem ausgeht nach diesem enormen Spurt, den wir gesehen haben. Sie sehen diesen hervorragenden Aufwärtstrend. Nachdem jetzt aber so langsam die Luft rausgeht, nachdem so die ganzen Events abgearbeitet werden, könnte es durchaus sein, dass die Aktie entweder in eine Konsolidierung übergeht oder vielleicht mal tatsächlich in Richtung dieses langfristigen Trendes hier korrigiert. Wir bleiben weiter auf der Kaufseite, weil es ist ein tolles Papier, hat viel Spaß gemacht in den letzten Monaten. Und Gewinne sollte man am besten laufen lassen. Aber was ich damit sagen will, ist, in den nächsten Wochen könnte es ruhiger werden und vielleicht tatsächlich auch mal den einen oder anderen Tag mit dann Verlusten gehen bei Amazon. Kommen wir zu 3D Systems. Wir haben gestern, ja, wieder so ein bisschen einen Aufgalopp gesehen bei 3D-Aktien. Voxeljet war dabei, 3D Systems war dabei, Stratasys war dabei. Die Geschichte ist weiterhin die gleiche, nämlich, dass jetzt davon ausgegangen wird, dass der 3D-Druck zwar vielleicht nicht in unseren Wohnzimmern und damit in unseren privaten Haushalten Fuß fassen wird. Sie erinnern sich vielleicht, vor zwei Jahren hieß es noch, wir werden bald alle 3D-Drucker zu Hause im Wohnzimmer stehen haben. Das wird wohl nicht passieren, auch bei 3D Systems nicht, denn die haben ihr letztes Endverbrauchergerät so sang- und klanglos, so muss es heißen, aus dem Sortiment genommen. Aber was die Industrie betrifft, was die Wirtschaft letztendlich oder die Geschäftskunden betrifft, da könnte es tatsächlich zu einem Durchbruch kommen. Und das sieht man hier, diese Hoffnungen sieht man hier, die zeichnen sich im Chart ab. Dann gab es die Konsolidierung. Da wurde der langfristige Trend allerdings nicht gebrochen. Es gab eine Konsolidierung, eine Seitwärtsbewegung auf diesem Niveau. Und jetzt langsam löst sich die Aktie wieder nach oben. Na klar, es gibt ja auch demnächst Quartalszahlen. Also wer ein ausgemachter Spieler ist am Markt, der kann hier gerne mal wieder zugreifen und gerne eine kleine Long-Position eingehen. Für alle anderen verbietet sich der Einstieg bei 3D-Druckaktien ohnehin von selbst. Dann haben wir Tesla und was mich da am meisten fasziniert ist, obwohl wir doch relativ viel negative Nachrichten bekommen und das Sentiment doch eher negativ sein sollte, kann die Aktie weiter zulegen. Das macht mir aber zunächst mal keine Sorgen. Wir glauben, dass es wurde ja angekündigt, dass es einen weiteren Meilenstein gibt. Das kommt noch von der Zeit vor ein paar Wochen, als Tesla das neue Model 3 angekündigt hat. Das hat man natürlich marketingtechnisch sehr clever gemacht, dass man gesagt hat, okay, heute kriegt ihr ein bisschen was zu sehen. In ein paar Wochen kriegt ihr dann ein bisschen mehr zu sehen. Und genau darauf scheinen jetzt die Anleger hinzuarbeiten, dass sie sich rechtzeitig positionieren. Weil anders kann ich mir nicht erklären, dass eine Aktie, die derartig unter Druck steht von der Newsseite her, immer weiter nach oben läuft. An unserer Meinung hat sich nichts geändert. Wir gehen weiterhin davon aus, dass es zu einer Korrektur bei Tesla kommen wird und können vor dem Hintergrund nur empfehlen, die Finger von dem Papier zu lassen. Dann Priceline, einer der größeren Verlierer des Brexits. Ganz einfach, weil doch viele Anleger befürchtet hatten, dass mit dem Verfall des Pfunds, Priceline, die ja immerhin 15% Umsatz in Großbritannien machen, dass Priceline das auch spüren würde in der Bilanz. Aber Sie sehen mittlerweile, auch hier hat sich die Aufregung gelegt. Das ist so ein kleines V entstanden. Sehr interessant, weil man es sehr selten sieht in den Charts. Eine kleine V-Formation entstanden. Und wenn wir jetzt tatsächlich hier durchbrechen können, dann wäre der Weg nach oben frei. Wer uns regelmäßig verfolgt, der weiß, dass wir seit einiger Zeit wieder auf der Kaufseite stehen bei dem Papier. Und daran hat sich auch nichts geändert. Kommen wir zum deutschen Handel. Auch da ging es gestern kräftig nach oben. Getrieben, ja, doch von den überraschend guten Zahlen von Daimler. Aber auch von einer massiven Erholungsbewegung, die wir bei der Deutschen Bank und die wir auch dann beispielsweise bei RWE, zu der wir später noch kommen, gesehen haben. Und es hat teilweise im Verlauf sogar für die 10.000 Punkte gereicht. Dann, ja, hat es sich ein bisschen abgekühlt. Aber insgesamt sieht die Situation gar nicht schlecht aus. Und solange die Wall Street als Taktgeber hier weiter nach oben läuft, sollte es nur eine Frage der Zeit sein, bis wir auch tatsächlich dann diese kleine Widerstandslinie durchbrechen können. Und das Wichtige wäre natürlich erstmal die 200-Tage-Linie, damit wir hier ordentlich Druck aufbauen können. Aber es sieht, wie gesagt, mit den Vorgaben aus New York überhaupt nicht schlecht aus für uns. RWE, ich hatte es gerade angesprochen, es bleibt auch dabei, hat sich gestern weiter nach oben geschraubt. Es scheint tatsächlich so zu kommen, wie wir spekuliert hatten, nämlich, dass wir uns jetzt langsam in die Richtung bewegen. Deswegen, wenn man sich dieses Dreieck anschaut, und letztendlich, wenn man das einzeichnen würde, würden wir hier ein großes Dreieck, eine große Dreiecksformation bekommen, aus der ist die RWE-Aktie mittlerweile ausgebrochen. Rein rechnerisch, und da geht es wirklich nur um das rein rechnerische, müssten wir im Bereich von 19,20, wäre ein Kursziel, ab da könnte man vielleicht mal wieder auf die Short-Seite wechseln. Vorher würde ich all denen, die sich hier long positioniert haben, auch wirklich empfehlen, dass sie auf der Long-Seite bleiben und ganz einfach die Gewinne laufen lassen. Stopp natürlich, nicht vergessen nachzuziehen. Bei E.ON mehr oder weniger das gleiche Spiel, auch wenn hier noch der Ausbruch nicht ganz so klar ist, aber auch da sieht es danach aus, dass wir mit der E.ON-Aktie auf der Long-Seite besser positioniert sind als auf der Short-Seite. Man sollte natürlich immer im Hinterkopf behalten, langfristig sieht es für sowohl RWE als auch E.ON nicht allzu gut aus. Und von daher, das ist wirklich nur ein Zock, den wir hier letztendlich mal initiiert haben. Wenig vom Portfolio, vielleicht 1, maximal 3% des Volumens insgesamt. Und hier mal versuchen, 20, 30% in diese Bewegung mitzunehmen, bevor man sich dann verabschiedet und für die kurzfristigen Gewinne bedankt. Daimler haben wir noch natürlich mit drauf, weil gestern war es einer der stärksten Werte im DAX. Was passiert ist damit allerdings noch überhaupt nicht. Sie sehen, der Abwärtstrend, den wir seit April, eigentlich schon viel früher angefangen haben, der sich seit April doch sehr deutlich abzeichnet, ist weiterhin nicht gebrochen worden. Dafür müssten wir noch etwas höhere Kurse sehen. Dann allerdings könnte es relativ schnell in den Bereich um die, naja, was werden es sein, 66 Euro etwa sein, die die Aktie weitermachen könnte, bevor es hier zu einem Test des langfristigen Trendes kommt. Wenn Sie uns länger sehen, dann wissen Sie natürlich, wir schauen doch sehr genau drauf, wie weit hat sich der Kurs vom langfristigen Trend entfernt. Gibt es hier eine Chance vielleicht auf eine Gegenbewegung? Bei Daimler dürfte das jetzt genau der Fall sein und deshalb bleiben wir auch weiterhin zumindest kurzfristig auf der longen Seite. Und operativ scheint es sich ja doch gar nicht so schlecht zu entwickeln, wie man vielleicht anfangs gedacht haben hat. Das soll es von meiner Seite schon gewesen sein. Ich hoffe, Sie haben einen schönen Handelstag und wir sehen uns morgen wieder.